Ja hallo und herzlich willkommen zurück hier in der Wand drin. Wir sind immer noch in der Höhle, also ich bin jetzt dran, weil Weidel mich hier einfach so stehen gelassen hat. Ja, ich müsste halt ein bisschen auf die Zeit achten. Ja, ja, ja. Sonst heißt es dann wieder, Folgen sind zu lang. Jetzt kann ich wieder die Scheiße ausbauen hier, also. Ja, geh doch einfach durch die Wand. Durch die Wand. Warte. Alter, mach doch mal. Ja, ich hab dich extra noch irgendwo hingestellt. Kann ich denn durch die Wand gehen? Da ist ein Boot. Komm. Ja, jetzt geht er immer weiter. Wo ich dann aber rauskomme? Ja, wahrscheinlich. Ne, da komm ich nicht weiter, ich häng fest. Da komm ich nicht weiter. So, also. Ich glaub jetzt einfach mal spontan zurück. Weil hier ist da kein Ausgang. Na, spontan zurücklaufen. Ich weiß genau, warum du das machst. Weil du in einem scheiß Haus, wo du dich bauen willst. Lässt du mich hier in der Höhle stehen und ich kann wieder rausbacken hier. Hier oben vielleicht. Wie wär's vielleicht, wenn du einfach mal sagen wirst, schön, dass du endlich die Flair angeboten hast. Schön, dass du nicht bedroben bist. Das könntest du mal sagen. Aber nein, du siehst immer nur das Negative und bist eigentlich hohen und leckert. Da muss man alles optimistisch sein. So. Ich lauf einfach mal hier weiter. So. Warte, hier waren wir noch nicht. Alter, ist die Höhle groß, ey. Und ich hab schon wieder Hunger. Oh, Alter, wenn wir nicht aus der Höhle rausfinden, ey. Was ist denn dann, ey? Endlos Schleife hier. Nein, 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 nein. So. Ich will jetzt endlich aus dieser Höhle rausfinden. Wirklich, es regt mich langsam auf. Mann, Mann. Hier ist schon wieder mehr Bände. Warte. Oh, ich seh gerade gar nichts. Warte, hier oben. Geht's, glaub ich. Raus. So. Mach lang hier. Wird's. Komm raus, komm raus, komm raus. So, langsam hochjumpen. Vielleicht können wir da irgendwie durch die Map durchbacken. Keine Ahnung. Alter. Mach doch jetzt mal. Ich crouche. Crouchen und springen funktioniert nicht so gut. Da auch. Wir sind, glaub ich, unter Wasser. Wir sind tatsächlich unter Wasser, ey. Nein, das sind nur verschiedene, das sind die anderen Höhlenabschnitte wieder. Alter. Du bist wieder mal hinter der Wand. Das ist Ziel auch. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Von wegen, wir sind nicht unter Wasser. Jetzt warst du unter Wasser. Also hier kommen wir gut hoch. Irgendwie. 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 Es wird immer dünker, es wird immer schwärzer. Ja, und wir sind unter der Map. Wie geil. So, schauen, ob ich hier rauspacken kann. Nein. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Du hast öfters keinen Fallschaden. Ja, 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 ja. Verdammt, ich will jetzt da raus hier. So. Ich will hier irgendwie durchbacken durch die Höhle durch. Ja, toll. Das weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Scheiße, ich bin irgendwo in der Map drin. Alter, schau dir das an. Ja. Hast du es gesehen? Ja. Jetzt bin ich im Schwimmen. Ich schwimme da einfach mal rüber. Alter, wo sind wir denn hier gelandet? Da oben fliegt eine Ente oder sowas, was das ist. Also, was sagt uns das? Wir werden ab sofort die Höhlen meiden. Ja, eindeutig. Ziel ist ja erreicht. Also, er... Aber wir jetzt die Klerkern haben. Er trägt hier auch Handschuhe. Schau mal, er trägt Handschuhe. Alter, ich lauf in der Map drin. Ich kann gar nicht... Was soll denn der Mist? Alter. Ich lauf im Sand drin. Ich glaub, hier komm ich gar nicht mehr raus. Scheiße! Jetzt vielleicht... Nee. Und da drüben... Wenn ich nach drüben geh... Alter, das ist doch... Also, ich hör Schritte, aber er schwimmt. Ich hör Schritte, aber er schwimmt. Das ist doch nie normal. Kommst du irgendwie vorwärts? Ja, das schon, ja, aber... Ja, dann kommen wir auch irgendwann mal an. Gleich. Alter, das Spiel ist so verbuggt, ey. Das ist ja nicht mehr schön, ey. So, das drüben wird immer größer. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wenn ich da drüben nicht landen kann, dann ist... Keine Ahnung. Ja, warte mal, ein Berg. Bin ich jetzt auf der anderen Seite von der Map, oder was? Warte. Mal ganz weit, mal ganz, mal ganz spontan. Nee, geht nicht. Es sieht auch nicht irgendwie so aus, als würde da... Ich bin jetzt tatsächlich auf der anderen Insel, so wie ich das meine, wenn ich hier weiterkomme. Oder, Heidel? Gut möglich, ja. Gut möglich, oder? Aber die andere Insel, die ist noch gar nicht freigeschaltet. Hunger. Weiß nicht. Vielleicht kann ich das jetzt... Äh... Also. Ich bin jetzt freigegeben. Also, ich würde vorschlagen... Ja, ich laufe durch den Sand durch. Wir bauen uns jetzt hier, dann... Ja, ich bin in der Map drin. Ich bin in der Map drin. Schau mal, ich kann gar nichts machen. Ich bin in der Map drin. Kann ich ein Blueprint setzen? Wäre cool, wenn du ein Feuer setzen kannst. Ja, kann ich. Eins, wo man Essen macht. Mir fehlen Sticks. Und ich höre auch keine, äh... Von den... Warte mal. Die Axt habe ich ja. Dass ich hier Baum fällen kann. Ne, ich kann auch nicht schlagen. Ist es noch am drin? Ich komme gar nicht mehr hier weg. So, wie soll denn das gehen? Ich kann auch nicht springen. Ich kann nicht crouchen. Ich kann gar nichts. Ich bin in der Map drin, Weidel. Ja, du findest es wieder super komisch, oder? Aber ich reg mich hier einfach nur auf. Weißt du was? Ich glaube, wir müssen neu laden. Ja, dann ist alles weg. Ja, das ist mir scheißegal. Nein! Ich will den nicht in der Map rumbacken. Wer ist denn... Kannst du springen? Nein. Geht gar nichts. Crouchen geht nicht. Sprinten geht nicht. Es geht gar nichts. Ich kann gar nichts machen. Laden? Nein. Schwimm mal auf die andere Seite. Vielleicht kommst du gut wieder raus. Kannst du einen Schnitt setzen. Wenn wir auf der anderen Seite draußen sind. Da drüben sind. Was soll ich jetzt einen Schnitt machen? Ja, jetzt einen Schnitt, bis wir wieder auf der anderen Seite drüber sind. Weil so macht das keinen Spaß. So, wir sind auf der anderen Seite. Angelangt. Und es sieht auch nicht wirklich besser aus. Wir sind hier immer noch durch die Map durch. Wir packen immer noch durch die Map durch. Ja, dann lass mich mal. Hm? Lass mich mal. Lass mich mal. Willst du? Gut. Na toll. Na toll. Super. Jetzt fährst du endlos, oder was? Bist du angekommen? Nein. Sagst du mir, wenn du angekommen bist. Alter, Mond, Alter. Oh mein Gott. Scheiß. Ich glaube, wir sind jetzt endlich von unserer Insel runter. Ja, es wird eine kürzere Folge als sonst. Tut mir leid. Dafür werde ich in der nächsten Folge das Hausboot fertig bauen. Und wir werden uns nie wieder in den Höhlen wagen. Ja. Werde es einfach mal das laufen lassen. Mal schauen, wie lange das so fällt. Vielleicht, ob er auch mal unten ankommt. Ich weiß es nicht. Ich kann gar nichts mehr machen. Ja. Entfernt sich einfach immer weiter. Was jetzt? Was jetzt? Bist du unter Wasser? Warte. Warte. Nein, jetzt bin ich wieder über der Insel. Jetzt ist es einfach nur noch schwarz. Scheiße. Scheiße. Ah. Hahaha. Wie geil. Ist. Ist. Ja. Naja. Ja, was soll man dazu sagen, beiden? Wirklich. Also. Gut. Uns bleibt nichts anderes übrig, als jetzt wirklich zu laden. Shit happens. Ciao. Ciao.